Ich will dich nicht drüber verklagen, tut die du! Na gut, jeder hat so einen Support auf der Lane. Der Vorteil, wenn man das so wacke weiht, man hat einfach endlos den Mana. Haben gerade einfach und gutes, ich hab ja das Gold-Eiz immer, also von daher... Helle Entscheidung! Athen ist unheiliger Graal, for so win! Genau, das ist auch mein erstes Item. Aber halt noch... Ich weiß, das ist eigentlich das Haupt-Item, wenn man MP-Charakter spielt. Naja, äh, vorher nicht, das gibt's ja erst seit dem Darius-Fetch, glaube ich. Ich weiß, Darius ist kacke, ich kann ihn nur gar nicht. Es ist sowieso ein Wunder, immer die ganzen overpowered Charaktere, die kann ich überhaupt nicht. Ich kann keinen Graves. Graves ist relativ einfach. Ich kann's aber nicht, deswegen. Spielt sich wie Tristana irgendwie. Denen soll ein Licht aufgehen. Mit dem Unterschied, dass du damit, äh, mehr Schaden machst, als mit Tristana. Ja. Wir schaden uns! Ups. Macht das Rum-Spam Spaß? Ja. Es ist belebt. Ist eine Entscheidung? Puh. Die-die-die-die-die-die... Die sollte vielleicht auch nicht so extrem rum-spammen. Der Nails hat immerhin noch kein способ. Ist es mir angekommen? Oh nein, ich seh nix. Nein, ich seh wieder was. Ich glaub, ich krieg leider nicht so Pentakillin wie der in dem Video. Aber das wär auch ein bisschen arg... episch. Ich renne hier immer noch mit meinem Dolch rum. Kleiner Deutschmensch. Ja, ich komm gut zum Farm. Ich brauch nicht Peri in dem Moment. Ich komm gar nicht zum Farm. Ich fahr als Support ab auch nicht so viel Farm, Mensch. Ja. Vor allem ja überhaupt nicht wegen den beiden Gold-Items und so, ne? Nö. Ja. Von irgendwann muss ich auch leben. Von der Zeit, wo ich B bin. Ich denke niemals an's verlieren. Ja. Es ist in der Mitte, aber der Kommt ist... So, okay, doch. Da geht's jetzt. Ja. Er ist wieder da. Ich hab ja jetzt schon einiger Zeit den Multi frei und bin so dazu geneigt, immer irgendwo hinzuschießen. Du kannst ihn ja hochschließen. Ach, die scheint's nötig zu haben. Und Feier! Oh, wenn du das mit treffen, bin ich gut. Ich sag's auch noch! Hat jetzt aber nicht viel gebracht eigentlich. Ich hab den Malfight einmal durchgeschnitten, das war's. Hm. Oh, das sah gut aus. Ich sag's auch so und dann plüpp. Ich sag's auch so und dann plüpp. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wie geht ihr langsam mal sicher auf den Sack? Hm. Oh. Wo, nein, ich brenne. Es ist auch so schlimm. Ich hab grad ne Ulti an den Kopf bekommen. Meiner ist schlimmer. Ja. So, der Wernert schon. Ach, shit, fuck it, wo ist der denn? Oh, der hat noch mal dran. 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 Vertreibe die Tatsache. Dein Gegner wurde getötet. Do not underestimate me. Fuck. Das gibt eine Erleuchtung. So, die Milch überlass dir das Feld. Jetzt hast du Zeit zu farmen. Ich seh's mir an. Ja. Wer ist zu essen in der Mitte? Ich hab ne Vermutung, dass er runterkommt. Die mit zurückbleiben. Okay. Man weiß nicht. Ich habe jetzt schon mal das erste Haupt-Item. Maramudel, yeah. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz das Becken kaufen. Letztes Becken! Okay, da sehen wir ihn in der Mitte. Guck mal, was ich habe. Das sieht aber nicht aus wie ein Reh. Und jetzt kein Geld mehr, toll. Das Englische Reh. Ohne Haar. Schon klar. Oh mein Gott, ich mache auf einmal doppelt so viel Schaden wie vorher. Das wird die beiden nicht so lustig. Ich bin gerade konzentriert in der Mitte am Zugucken. Positiv bleiben. Konzentrier dich lieber darauf, gleich wieder Skills zu spammen wie Berserker. Ich habe mal auch... Ich habe seine Ulti immer so erschrecken. Alter. Ich wutere. Die Mittelspieler kriegen irgendwie immer mal. Wer ist Kasson, wenn mein Ulti da durchfährt? Puh! Mann! Kommt mal, ich bin bereit. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was? Könnte jetzt so sichtiger sein. Nein! Konzentration auf den Kack. SS in der Mitte wieder. Sein Flash genutzt, um aus meiner Ulti zu entkommen. Böse, Kollege. Ich sehe momentan gar keine Worts. Ist ja langweilig. Deren sind ja auch ausgelaufen. Ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass sie keinen neuen geholt haben. Ich habe auch keinen neuen geholt, weil ich kein Geld mehr hatte. Schon okay. Ja. Weiter arbeiten. Okay. Wir schaffen das. Pass auf, Tavik ist im Gebüsch. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Das ist immer noch etwas. Okay, mehr hast du hier, oder? Ah, ist das so fein. Ja, hat er gerade gesetzt. Ne, das war ein anderer, der den gesetzt hat. Tavik war da oben nicht in der Nähe. Hm, wer dann? Das frage ich mich halt gerade. Achtung, Ulti in der Mitte. Wieso schlägst du dir eigentlich schon alle da nach oben? Um den oben zu helfen. Ich brauche den hier unten im Moment nicht. Bis ich den hier brauche, ist der schon längst von Kodan runter. So. Wir schaffen das. Jetzt wäre das Ulti, hat so'n gerben Low-Cooldown. Naja, weil du die dauernd durch deine Spats resetten kannst, ne? Noch ne Sekunde weniger! Und noch ne Sekunde weniger! Kleiner Spammer, du. Noch ne Sekunde weniger. Die Geister und unsere Ulti sind fast gleich wie am Beide-Aum-Cooler. Na, mit dem Motto steht, dass ich mit meinem Ulti wirklich einmal quer über die Karte ballern kann. Ja, stimmt. Du hast die begrenzte Reichweite halt noch. Aber dafür kann ich mehrere Chancen treffen, ohne dass mir das aufmacht. Ich seh's mir an. Macht mir auch nichts aus, das Schaden geht nur runter. Ah, deswegen ja. Das gibt eine Erleuchtung! Was war das jetzt grad'n Taric? Ich weiß es nicht. Oh nein, ich bin gestunnt! Oh mein Gott, das hat so viel Schaden gemacht. Ich weiß es nicht, aber er hat versucht zu injizieren, aber das hat der... Das hat der Graves irgendwie nicht gecheckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oben, die verstehen sich recht gut. Ja. Wenn sich ein Mitspieler schon mal verstehen, ist das schon mal was. Dann heißt es, in Klatex wird schon mal ebenfalls nicht rumgeflamed. Hm, vorerst. Ja, vorerst. Bis dann der erste rumnubt. Mit rumnubt meine ich das Wort wörtlich. Böse. Oh. Baa, fickt es, Kollege. Fiet wie Boa-Plox. So, da war es jetzt. Ja, ich glaube... Äh... Rage und Carrie sind gefiedelt, Supporter kriegt gut Supports dazu. Hm. Top-Lane spielt er auch gar nicht, scheiße. Ich würde sagen, das Spiel ist schon mal ziemlich Wurtenhandel. Wurten Wurten? Sauber. Und auswäschbar. Ups. Der Tor greift ja mich an. Diebe, warum tankst du denn nicht? Tja, ich bin Supporter, kein Tank. Das ist mir sowas von egal. So, aber wann kommt ihr wieder? Das ist schon mal. Dafür war der Ulti gerade auch so krank. Das ist auch so in der Mitte. So, ich glaube, ich gehe noch mal shoppen. Die Zeit habe ich dazu. Ich gehe auch mal shoppen. Die, 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 die. Das ist der X-Zimmer für mich. Wir schaffen das. Fragen über Fragen und keiner wird sie antworten. Niemand, niemand kann's mir, kann's mir surfen. Oh Mann. So, jetzt habe ich hier ein Lebens-Item. Jetzt kann ich Schauer tanken und so. Ja, total. Unterwegs. Na klar. Ich liebe es, wenn ein Fertig ist. Ja, komm schon, ich kriege meinen Schaden. Ja, ich habe 200 Damage. Wohin willst du deine Worte? Moment. Hier sitze ich noch mal nicht. Dort wieder und da oben an der Ecke. Au. Hi, Blatt. Was soll denn das, Graves? Ich weiß es nicht. Kräfte mich einfach heimlich an. Guck dir mal an, wie der fällt. Sollten das etwa Anlemmungsversuche sein? Jetzt bräuchte ich einen coolen Anreduktion. Ja. Absolut, wir können so runterkommen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wer Xerat, den hau ich auch rum. Inzwischen? Sollte der auch kein Problem sein. Also wohin, äh, next Ward? Äh, setz dir mal da oben an der Ecke rein. Okay. In dem Gebüsch, ganz oben an der Ecke. Jawoll. Und den anderen beim Drang, oder? Und wir gehen jetzt zum Drang, du machst da ein Ward hin und wir nehmen den gleich mal mit. Ach, hi. So. Oh, ich verkack's schon wieder alles. Oh, ich verkack's schon wieder alles. Achtung, Goldie. Oh, ich treff ihn. Sauber. Ich hab' meinen Sniperschein heute gemacht. Positiv bleiben. So, und Drake haben wir auch noch in den TUS. Kann das Spiel noch besser werden. Gut. Oh, da ist ein Taric. Ein Verbündeter wurde getötet. Liebendes, Taric. Oh mein Gott. Pass auf, Taric kommt dir entgegen. Glaub ich, oder bleibt dein Vater stehen. Wollen wir den mal aufmachen? Ich liebe es, wenn ein Tag funktioniert. Ade, Lux. Moment mal, hab ich fast verpasst. Nein. Nein, End war das heißen. Ja, ist schon klar. Warte, ich verarsch die doch immer. Nein, er kreift mein Ward an. Er hat ihn kaputt gemacht. Oh, nein, das ist Taric. Was könnte er mir noch antun? Ja, ich bin dran. Du hast ihn. Du hast noch fallen hier. Hihihihi. Der Tarek ist so schlecht! Ne gar nicht! Ja, dann guck doch den Graves, Mann! Der Graves vom Inventar, der macht keine Chance! Das halt vollkommen ohne den Sardis eh nicht mehr brauche! Schluss! Aber danke! Geh ich halt einfach die Kate dann heilen, so! Die hat's ja auch voll nötig! Was? Du gehst die Kate von innen heilen? Schlimm! Ich geh die Kate heilen! Als nächstes Supporter-Item, äh, Zeke ist Unhold oder was? Mhm! Da kommt ein Bindeshofer-Plotten! Da kommt alles nach oben! Wo nach oben? Wo nach oben? Oh mein Gott! Positiv bleiben! Ja, deine Halle nicht! Hab dich doch geheilt, guck! Hättest du den Tarek getroffen, hätte er gestorben! Welchen Tarek? Welchen Tarek der hier war? Oh! Oh! Hätte ich ihn getroffen, ja! Demacia! Pam! Headshot! Dating! Widerstand bleib! Ansonium. ...Gleichgewicht! Widerstand! Und dann dahin, was sagte es! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Wir schaffen das! Das macht mich MAD! Jetzt! Es kommt nicht zurück. So, du kannst nicht mehr. Ja. Helle Entscheidung! Sie schon! Ui! Fuck, wie er läuft! Das gilt, fand ich. Er hat das überlebt. Er hat das überlebt. 238 AD habe ich schon. Ich hiel dich! Meine Core-Items im AD-Tier habe ich den schon mal. Unterwegs! Ach! So gut! Du und deine Mana-Mune! Ich habe meinen Empfinden mit dir jetzt. Mhm. Haben wir auch gerade gesehen. Blutrausch! Ein Gegner wurde getötet. Positiv bleiben! Guck mal! Ey, guck mal! Hi! Hier geblieben! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Oh! Da wurde irgendwie einer gerade so umgelasert. Komm mal her! Haha! Hahaha! Ich bin wirklich... Puh! Häh! Und da hab dich! Ihr Team hat einen Turm zerstört. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Ah, ja. Das ist aber noch nie. 9-0-1 klingt nicht fett. 0-0-3-10. Super, das ist so Raka. Jo. Ich hab dein Item. Er hat keinen Kill, er hat alles richtig gemacht. Übrigens, Dieme, meine Frage. Muss ich dir noch einen Grund nennen, warum ich mir Pulsfeuer jetzt real hole? Ich kann den Charakter. Wenn ich sonst nichts spiele kann, diesen Charakter kann ich. Und Shyvana kannst du auch noch. Ja, ja. Wenn man jetzt mal von der einen Runde absieht, wo du dich komplett blamiert hast. Ich blamier mich mit Shyvana öfter. Aber mit der 3er kriege ich so, wenn sie so Epic rund nehmen. Wow. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da, ja. Oh, der mein Fiet stinkt immer noch. Dings wär'n Solo-Game. Ja. Warte, ich töte ihn! Ich töte ihn! Epic! Das ist einfach nur noch lächerlich! Epic! Fuck! Nein! Nein! Ich dachte, ich krieg den letzten Mal von der Hände! Ah, fuck! Den haben sie mir nicht gegönnt! Ich soll mich in Ruhe lassen! Au! Ich glaub, da will mich jemand! Oh! 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 Oh yeah, bitch please! Ich werde nicht gekrasst, ob ich das von dem siegleichen Screenshot auf Facebook stelle. Ich kann das Match gerne auf den Kopf hochladen. Ich nehm' mittlerweile alles auf! Einfach wegen geilen Team! Ja! Wenn meine externe Platte das aushalten würde, würde ich das auch bringen. Äh, meine dritte Platte meine ich. Puiiii! Und! Wieder ein Treffer! Sehr schön! Diese Kombo ist einfach nur geil! Ich sag' nur Doppel-Ulti! Rups! Ich kann das nicht weitergeben! Gut noch! Hm? Okay, das stein lebt noch! Ich hab keine Ahnung, er hat noch keinen Quid von mir passiert. Nicht was schneller! Ich bin schon der Tod, ja. Ich bin Carrie, ich heilte halt nix aus. Ich bin grad hier am sterben, aaaah, Hilfe. Wir sind so alle Lebensblüte, der. Wir können das ja auch erlauben. Au. Neun. Ich will mal ganz ehrlich sagen, behaupten, dass die Kill-Priorität inzwischen auf dem komischen Graves liegen soll, auch wenn er keinen Schaden hat. Ich hab einen verfallen. Was brauchst du als nächstes Item? Äh. Du. Brauch mal deinen Stein der Weisen aus. Ne, ich will erst noch andere Supporter-Items. Er geht in der Legion. Okay. Und er ist tot. Du. 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 Ich will wieder auf. Okay. Ich hab' nie hin, brauch' ich mein Kills! Ich hab' nie getötet! Hier! Dings! Nice! Graves! Okay, ich komm! Schaff'se! Ich glaub' an dich! Wieso farm' ich eigentlich noch? Ich hab' das doch gar nicht mehr nötig! Du hast ja nur 12 Kills, aber... Ich hab' etwas in die Arme! Nein, jetzt bin ich gescheiße! Was soll' ich denn der Quatsch jetzt? Ja! Oh! Oh! Pettakissen, Raka! Oh! Mit meiner Augen! Meiner! Nein, Meiner! Das ist Meiner! Der gehört mir! Nö, Meiner! Oh! Mach' Meiner! Nein! Meiner! 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 Du brauchst HP! Du brauchst HP! Hier kann er gerade über! Du hättest überlebt und dann auch, dass du dich lieber so angestorben kannst! Hier! Doppeltötung! Eure Team hat einen Punkt zu stehen! Fettakissen, Raka! Jaaaa! Ich bin überfordert! Wir gewinnen! Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ich habe mich labern lassen! Der Gegner wurde betont! Oh Gott! Ich krieg' drauf, Spätze verbrachen! Danke! GG! Auf jeden Fall! GG! Ich bin überfordert!